Damit ist die Partei Die Linke jetzt gegründet. Als Gewerkschafterin ist Interessenvertretung mein Geschäft. Für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. In Die Linke bin ich eingetreten, weil Gewerkschaften und ihre Mitglieder einen verlässlichen Bündnispartner in der Politik brauchen. Die Bedingungen an den deutschen Hochschulen werden immer schlechter. Anstatt endlich mehr in Bildung und Ausbildung zu investieren, werden Studiengebühren eingeführt und die Bildung damit abhängig vom jeweiligen Geldbeutel der Eltern. Ich engagiere mich für die Interessen von Seniorinnen und Senioren in meinem Land. Ein Problem ist, Altersarmut darf es nicht geben. Ich bin in Die Linke eingetreten, weil ich auch politisch für ein besseres Bildungssystem arbeiten möchte. Die Linke setzt sich für ein friedliches und soziales Deutschland ein. Wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit und wir sind eine konsequent antimilitaristische Partei. Wir sind jetzt drittstärkste Kraft. Wenn Sie mitmachen, werden wir noch stärker. Und Deutschland wird menschlicher und sozialer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020